Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Speedway C und so mit dem Ziel, einfach möglichst viele Kills zu machen. Also wir müssen uns nicht unbedingt winnen, wäre natürlich geil, aber wir spielen halt in Teams und unser... Ja, wir wollen einfach eine geile Aufnahme haben und ich hoffe, das schaffen wir dann auch. Also unter einer geile Aufnahme verstehe ich, ja, sagen wir einfach mal, dass wir ein 2-1 gewinnen oder dass wir einfach, keine Ahnung, 3-4 Kills machen. Bin jetzt aber mal in das mit Teams reingegangen, weil halt die anderen Games, ja, alle leer waren. Und deswegen zocke ich jetzt gerade mit Teams und ich werde mir jetzt einfach einen Goldäpfel machen. Ein bisschen Eisen-Stuff. Ups. Und ja. Ups. Dann werde ich mal gleich losbatteln. Name. Was ist denn Kieb, ne? Hallo. Mein Team-Mate. Nein! Komm schon! Ah, fuck. GG. Mein Lava-M hat ihn, glaube ich, sogar mitgetötet, aber... Ganz ehrlich, der wäre gestorben oder so. Ja, ne, komm. So. Einfach einen Goldapfel oder vielleicht auch zwei. Hab' voll Iron. Und dann rauf, 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 rauf. Dann, ja, sind die meisten Leute weg. Oh, come on. Okay, also ich will jetzt schon kämpfen. Das, ähm, Prinzip davon ist einfach folgendes. Wenn wir jetzt ein Team, äh, killen, dann... Ist das einfach Action und ich mag Action gerade. Also mein Lava hat halt meinen letzten Team-Mate mehr oder weniger getötet. Das lag' aber der wäre jetzt wieder so gestorben. Und von daher hat meine Lava auch noch dem einen richtig viel gegeben, aber... Ich-Re-Gap hat sich, glaube ich, doch gelohnt. Ein Cross-Team. Wenn ich jetzt nicht den Helm bekomme. Also, okay, wir machen erst mal diesen ganzen Müll hier weg. Also, ich muss sagen, das Kämpfen hat sich richtig gelohnt. Ja, ich bräu' nichts. Also, sorry, aber ich- Ich bräu' halt wirklich nichts. Oh, da ist ein Gegner. Ich mach' auf dem Weg noch ein paar Bäume kaputt. Die droppen nämlich manchmal auch schon fertige Gappels. Und das wär' ja natürlich ein Traum. Nein, mein Team- Wer hat mein Team-Mate getötet? Na, ach so, der wurde getötet, nicht. Hat getötet. Nein! Ey, nicht im Ernst. Leute, sorry, aber... Nein, Mann! Hey, nee, oder? Jetzt im Ernst? Ich mach' auf dem Weg. Ich muss den Dümmsten aller Tode sterben. Den Varro 3 tot. Nein! Ey, lass doch mal ein Like und ein Abo, da, wenn's euch gefallen hat. Ciao mit Abo. 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 Vielen Dank.